40 ist fünf okay dann müssen noch drin drei drin sein am ende ich nehme mal ein obwohl mit ein bisschen auch gut und manchmal endlich die unsere trüben unser haus fertig weil sie nicht gebrannt wurden weil du einmal sagt dass du die sachen nicht brand haben möchtest wenn man sie nicht braucht ja dann sonst kennt man ja warte mal kann man nicht aus clay auch noch harten clay machen wenn ich mich nicht gerne ach nee warum ist jetzt ausgerechnet ein zombie unter wieso ist hier ein zombie super ein 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 auch Hä, die sind schon wieder ausgewachsen, oder was? Wow. Zombie. Ah, Zombie stirbt. Äh, wo ist mein Auge? Meine Schere, äh, braune Wolle, rote Wolle. Holzanbog am Ort. Ich dachte gerade da drüben, also bei unseren Schweinen wäre ein Schaf drin. Zack. So. Boom. Du hast ja immer noch nicht ein Schaf für dich gemacht, oder? Äh, nicht ein Schaf, was sag ich? Ein Pferd. Pferd. Nein. Noch nicht da. So, ähm, frisches Holz. So, jetzt bin ich gleich fertig damit. Endlich ist das Haus mal fertig. Ja, aber es braucht schon viel Holz. So, dann haben wir das hier auch. Oh, scheiße, das ist eine Witch, das ist eine Witch. Oh, scheiße, oh scheiße, oh scheiße, nein, Hilfe. So, wo seid ihr jetzt damit? Zack. Okay, du bist gleich in Gefahr mehr. Äh, der Creeper ist da drüben. Sollen die Steintruhen... Wir vergleichen eben in Bleiben, wo die jetzt grad sind, oder sollen die in der Zukunft eins tiefer... Was? Sollen die Steintruhen in Zukunft eins tiefer... Nein, nein, die bleiben da, wo sie sind. Really? Really. Jetzt geht aber gar nicht mein ganz schöner Plan nicht mehr auf, Drachen. Kannst du das nicht... Oder lieber eins tiefer. Eins tiefer, da wo wir unsere Rituale sprechen und sowas. Aber dann müsstest du auch mal hier ein bisschen was bauen. Und nicht nur immer. Ja. Glaub ich grad hier nix mache. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, dann haben wir das auch noch, aber dann hab ich wieder... Ja, ich hab schon wieder keine Spitzhacke. Zack, 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 zack. Nein, wir machen. Ich hab Seelensand von dir, warum auch immer. Weil es dadurch die Locken geglitzet ist. so wie zum teufel ist er schon wieder da reingekommen es ist unglaublich ein zombie es hätte aber genauso guten creeper sein können ich glaube wir müssen operation fackel starten das wollte ich zwar verhindern aber es scheint so als wäre das unausweichlich dass wir diese operation starten müssen und auch aus nein wo das funktioniert ich kann mich nur fresse legen wo ja ouch wird direkt unter ein team markiert schon nicht ganz da müsste ich da müssen wir schauen joe ich habe endlich wieder aufgang hoch zum zum dach damit kann ich jetzt auch wieder zu dir reinschauen warum ist hier ein grasblock wieder auf unserem dach ein gras wahrscheinlich ich bin baum ich bin baum runner zack zack scheiße jetzt hat mich war dann wohl nix auch schon wieder auch ich bin mitten in dem baum ja mitten als ich durch trübe gegangen ist es ein baum gewachsen gelauf Das war's.